Willkommen zu einem weiteren Alphapack Opening für Rainbow Six Siege, einen Tag später als ich eigentlich machen wollte, weil gestern habe ich es eigentlich aufgenommen, habe die Aufnahme verkackt, habe mich dann verklickt und habe da ein Alphapack einfach verloren. Einfach, es war einfach weg. Ich habe dafür 800 Ansehen bekommen, aber es war einfach weg, das Alphapack. Seitdem habe ich einfach keins bekommen, aber naja, jetzt habe ich wieder ein neues Stück und wir fangen mal an. So, das lädt hier ein bisschen lange, ist schon mal erstmal langweilig. Kann man drauf, ich finde das, ich finde die Kopfhörerung geil, ganz ehrlich. Ich finde die genauso geil wie diese Sonnenbrille für Forst. Also der gefällt mir, den mache ich drauf. Hätte auch selten sein können. Das ist wieder langweilig. Okay, der ist kacke. Da kann man Meinung haben, der ist kacke. Mann, wofür habe ich meinen Alphapacks eigentlich gespart? Das ist doch kein Skin, das ist... Sieht so aus wie so ein Kleinkind, was auf der Waffe aufgemalt hat. Komm, bitte was episches, komm. Ach, fick dich. Ey, das sieht so aus wie... Die sehen alle gleich aus, als ob so ein Kleinkind drauf gemalt hat. Den habe ich sogar schon. Okay, weiter. Es wird einfach nichts... Ich habe es jetzt nicht mal einmal selten bekommen. Nicht mal einmal in diese Richtung. Geht doch, ey. Meine Güte, komm. Hier ist... Irgendein schwarzes Eis. Möchte hier ein bisschen was... Ein bisschen dunkle... Dunkles Eis haben. Komm. Nein. Ey, ich habe doch schon eine Kopfbedeckung für IQ. Die ist natürlich geil. Die ist richtig geil aus, aber... Das kann doch nicht wahr sein. Ja, es kann gern so weitergehen. Jawoll. Ey, so muss es doch weitergehen. Hier, Puls, Chibi. Zum Ende hin wird es noch gut. Zum Ende hin wird es noch gut. Ich würde schon immer einen Puls, Chibi haben. Ach, noch so kacke zum Schluss. Ja, Maui. Mann. Es hat ein Blumenmädchen gebracht, oder wie. Naja, da war es mit diesem noch so kurzen Pack-Opening. Immerhin eine geile Kopfbedeckung für Buck. Für den habe ich ja, glaube ich, nur irgend so was richtig hässliches. Ja. Mach ich das hier rauf. Da war es mit dem Pack-Opening. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Eine Kopfbedeckung für IQ bekommen. Obwohl ich schon eine hatte. Ja, jetzt habe ich zwei epische Kopfbedeckungen. Aber hier ist es Engel und einmal Flak. Ich glaube, ich mache Engel rauf. Es hat was. Flak ist natürlich auch geil, aber Engel auch. Naja, dann bedanke ich mich nochmals fürs Zusehen. Schönen Tag noch an alle. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020